In vorherigen Videos wurden für diese Aufgabe schon mal die Ströme im Zeitbereich berechnet, grafisch dargestellt und die Gesamtimpedanz dieser Schaltung berechnet und die Teilströme und der Gesamtstrom auf verschiedene Arten und Weisen über die Impedanzen oder über den Knotensatz bestimmt. Die Idee für dieses Video ist jetzt noch mal zu schauen, ob das auch mit der komplexen Stromteilerregel funktioniert. Dafür brauche ich wieder ein bisschen Platz und das wird jetzt der Aufgabenteil D. Die Teilströme noch mal aus dem Gesamtstrom, der steht hier unten noch, mit Hilfe der Stromteilerregel zu bestimmen. Und die Stromteilerregel kann man eben für komplexe Zeiger und für komplexe Impedanzen genauso aufschreiben, wie man das so von Gleichströmen und Gleichspannungen und Widerständen kennt. Wenn uns also dieser Strom hier interessiert, der Teilstrom in Abhängigkeit von diesem Gesamtstrom, dann nehmen wir den Gesamtstrom und rechnen den mal die Impedanz in dem anderen Zweig, also mal Zc. Und das Ganze geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Schaltung, dieser Masche im Sinne von diesem Maschenumlauf. Und das wäre R oder ZR. Ich schreibe mal ZR, um da Konsequenzen zu bleiben. ZR plus Zc. So, jetzt muss man sich sozusagen ein bisschen daran erinnern, was wir da für Werte eingesetzt haben. Also, I-Gesamt schreibe ich mal ab. Das sind die 14,14 Ampere mal E hoch J 75 Grad. Und Zc, das waren minus J 23 Ohm. ZR war einfach der Widerstand 23 Ohm. Und Zc ist nochmal minus J 23 Ohm. Dann kann man hier hinten überall die 23 Ohm wegkürzen, sodass da halt ein Strom überbleibt, was ja auch sinnvoll ist für die Stromteilerregel. Und hier bleibt noch eine 1 über. Und jetzt schreibe ich das mal alles einfach noch ein bisschen anders um. Also, die 14,14 Ampere mal E hoch J 75 Grad. Die schreibe ich einfach ab. Für minus J schreibe ich mal E hoch minus J 90 Grad hin. Ja, minus J ist ja ein Zeiger, der in der komplexen Zahlenebene nach unten zeigt mit einem Winkel von minus 90 Grad. Also, E hoch minus J 90 Grad. Und anstatt 1 minus J schreibe ich mal hin, das ist das gleiche wie Wurzel 2. Weil, wenn wir hier den Betrag ausrechnen würden, hätten wir 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat wäre 2. Die Wurzel von 2 ist die Wurzel von 2. Und 1 minus J hat einen Winkel von minus J 45 Grad. Weil der Realteil 1 ist und der Imaginärteil minus 1 ist, dann zeigt das in einer komplexen Zahlenebene genau 45 Grad nach unten. So, damit kann man jetzt nämlich eigentlich ganz nett weiterrechnen und kann sagen, das hier ist ja sowas wie Wurzel 2 mal 10. 1,414 ist Wurzel 2 durch Wurzel 2 ergibt 10. 10 Ampere. So, und Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert und dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Also, wir müssen 75 minus J 90 rechnen. Das sind minus 15. Und dann minus minus 45, also plus 45 minus 15 plus 45 macht 30. Also, E hoch J 30 Grad. Und dann sieht man, okay, das ist auch genau das, was wir hier unten ausgerechnet haben. Das passt. Also, Stromteilerregel im Komplexen lässt sich hier auch wunderbar anwenden. Und genau das Gleiche können wir jetzt nochmal für den Teilstrom durch die Kapazität machen. Also, wieder I Gesamt als komplexer Zeiger. Jetzt ist der Widerstand im anderen Zweig oder die Impedanz, wenn wir jetzt diesen Strom ausrechnen, die Impedanz im anderen Zweig ist R oder ZR. wieder durch die gleiche Summe, ZR plus ZC. Das Ganze eingesetzt. Also, 14,14 Ampere mal E hoch J 75 Grad. Und jetzt können wir uns hier schon ein bisschen was sozusagen übernehmen und können sagen, okay, hier oben stehen jetzt einfach nur 23. 20, die würden wir wieder 23 oben, die würden wir wieder wegkürzen. Also, bleibt da einfach nur eine 1 zu stehen. Die schreibe ich jetzt mal sozusagen so ab. Und in dem Nenner dieses Bruches bleibt ja das Gleiche stehen wie hier oben auch. Also, 1 minus J. Und dieses 1 minus J hat nur zusammengefasst zu Wurzel 2 mal E hoch minus J 45 Grad. Und ja, dann kann man das genauso wieder zusammenfassen. 14,14 durch Wurzel 2 ergibt 10 Ampere. Und Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten addiert, subtrahiert. Aber durch das Minus hier wird eine Addition draus. 75 minus minus 45 ist 75 plus 45. Das sind E hoch J 120 Grad. Und das ist auch genau das Gleiche, was hier unten steht. Und damit ist gezeigt, dass man diese Teilströme als komplexe Zeiger auch natürlich genauso mit Hilfe einer komplexen Stromteilerregel ausrechnen kann. Und wenn das jetzt eine Schaltung wäre, in der es irgendwie eine Reihenschaltung gäbe, dann könnte man natürlich auf die gleiche Art und Weise auch eine komplexe Spannungsteilerregel anwenden. Hier sind jetzt natürlich auch wieder die Zeitfunktionen gesucht. Eigentlich müsste man diese Ströme jetzt wieder in die Zeitfunktionen umwandeln. Das ist aber schon passiert. Das spare ich mir jetzt mal hier. Damit ist dieses Video inhaltlich eigentlich am Ende. Im nächsten Video würde ich gerne noch zeigen, wie man für diese Schaltung jetzt ein Zeigerdiagramm malt.